Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier in Berlin. Gemeinsam werden wir heute ein riesiges, ein sichtbares Zeichen setzen, um den Herrschenden deutlich zu machen. Wir wollen kein TTIP, wir wollen kein CETA und wir leisten Widerstand gegen eure Planungen. Wir kümmern gemeinsam an, dass das der Auftakt sein wird eines heißen Jahres, in dem wir so lange auf die Straße gehen werden, bis TTIP, bis CETA, bis TISA keinerlei Rolle mehr spielt. Wir werden mit unterschiedlichen Aktionsformen dezentral, zentral den Damen und Herren zeigen, die die Demokratie zerstören wollen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Liebe Freunde und Freunde, es freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Wir werden mit vielen, vielen 10.000 Menschen die größte TTIP-Demonstration, die größte Anti-TTIP-Demonstration auf die Beine stellen, die es bisher gegeben hat. Wir werden deutlich machen, wir vertreten die Mehrheit dieses Landes, wir vertreten die Menschen, die nicht wollen, dass der Deutsche Bundestag, dass die EU-Kommission, dass die Bundesregierung die Demokratie für die Interessen der Großkonzerne zerstört. Dafür gehen wir gemeinsam auf die Straße. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, weil uns die Natur wichtig ist, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte für uns zentral sind und weil wir der Meinung sind, gentechnisch verändernde Landwirtschaft wollen wir nicht haben. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, weil wir soziale Errungenschaften verteidigen, weil wir das, was in 70 und 80, in 100 Jahren stückchenweise erkämpft wurde, nicht einfach aufgeben. Und gemeinsam machen wir heute deutlich, Herr Gabriel, Frau Merkel, liebe EU-Kommission, hört auf das, was wir euch sagen wollen. Beendet die Verhandlungen für Spießer, für Zweter und vor allem auch für TTIP. Stoppt das endlich! Schön, dass ihr da seid! Die Veranstaltung ist eröffnet und nun beginnt ein Programm für euch. Du musst uns gemeinsam zeigen, wie ihr seid neu!